es geht K klar stand stand zu dem Spiel ist Big Business Kappen ich hoffe euch geht es gut schaffeln wir die 40 Abos garantiert haben wir es aufgefallen, Knockout ist ja jetzt doch gar nicht so, da ist ja Ladung drin in Knockout, ich bin da halt in einer Knockout-Runde so, da habe ich mit dem Kumpel gespielt, wir sind halt immer bis ins Finale gekommen und haben eigentlich gewonnen meistens so ich bin der Digger, mal guck dir mal die Variante eine Stunde, guck dir mal den, guck mal, die finde ich anders geil, guck mal ich finde die irgendwie besser ah, weiß nicht aber die ist in einer Entfernung gut zu sehen ja sind hier noch Gäste ne, ne, ich glaube nicht, aber hier vorne ist glaube ich noch nicht gelootet vor uns kommt ein Lootrop Standard-Skill-Cup, Digga vor allen Dingen, es war ja so, dass eigentlich die Lootrops gar nicht auf der Karte angezeigt werden sollten, das war ja nur ein Fehler von Epic Games, ne? dann haben sie gedacht, okay, lassen wir das einfach so, dass man sieht, wo die Lootrops das wäre schon ein bisschen blöd, wenn man das nicht sehen würde ha Leute, schreibt eure Meinung dazu in die Kommis kann ich den Typen mit Heavy? Kann ich den Typen mit Heavy? Wollst du den Lootrop und ich... ach so, ja, weil ich da fange, ja gut, dann hol ich den Lootrop und du nimmst den Typen mit der Heavy was gerne auch ein Likes dabei vielleicht ist ja unterirdisch auch noch ne Hellbide ist ja auch äh, ja, wenn's ne Golden ist, hab ich mal ne Golden ist äh, ja, wenn's ne Golden ist, hab ich mal ne Golden ist komm Geh mal Pro, was geht ey servus, Leute ach, warte, ich werf mal zu dir Granaten einfach hin, da, da sind ja nur die Bots, oder? ja ich steh vor, ich hätte dich grad mit der Tanke dann erwischt so, weil die Lootrop ja, du bist ne Heavy ich hab's ne Heavy ich hab's ne Blut okay, ich hab ne D wir gehen jetzt hier unten rein und ich werf ne Heavy, äh, ich... hast du schon den Typen mit Heavy? ja okay okay pass auf, ich werf Granaten rein weg lass die Tür sch- oh nein okay, ein, ein Handlager hab ich perfekt, und durch okay, perfekt, das müssen alle... dann geh ich runter und mach schnell die Kiste auf, ja oder so geht's natürlich auch ja, ey ich hab doch gesagt, ich hab voll gib mir den Bigness, gib mir den Bigness willst du lieber die Heavy? und die normale? ne, ich nehm das goldene ich nehm die goldene leckere die goldene, ne hast du Schüsse, ich hab nämlich nur eine also ein 21 oh, was oh, bei Lutrop ist halt... ne, der Lutrop ist noch da ich dachte, das war ein Gegner wie sind das Killer? du, du du ah, ich hab halt nur so einen Sturm, wer das grad kacke äh, nehmen wir Heli und fliegen schnell zum Lutrop ja fliegst du, oder ich? fliegst du, wer... äh, ich hab goldenhemden warte, ich höre mir nur noch schnell hier in die Kiste also, hier hier ok, perfekt, jetzt geht's los flieg, läuft anders flüssig was ist mit dem Stream? der läuft anders flüssig ok ok, lande hier einfach also, hier landen vielleicht slackdown, ja wenn dann RPG rauskommt, kann ich den mal? ok, cool ja also, wenn dann ein Harponierer oder so rauskommt dann müssen wir uns mal irgendwie so platzionieren was? ja, Bruder ich hab zwei Mad Kids erzählt und dabei gönnst du dir Big Shit und nimmst du dir noch die Minis mit? ja ok, perfekt ich guck mal, ob wir noch... ok, ja, gut dann, let's go fand ich bin mal mit dem Kumpel geflogen und wir wurden angeschossen er ist immer höher geflogen wir sitzen immer oben in der Luft und wir waren komplett kaputt er explodiert und also, wir haben da schon 70 Schaden bekommen oder wir werden da an Fallschaden gerettet was war's denn mal wieder komplett? ach, wir hatten halt relativ guten Hut ja, hier ist C4 wir können auch den Hubschrauber in eine fliegende Bombo verwalten wir hier einfach C4 dran platzieren und der andere fliegt dann mit rein ok, dann noch beim Trailerhaus Trailerhaus ich hab mal gesehen, wo in Midas ist da bei einem Trailerhaus gelandet warte, hier ist noch... Midas ist da gelandet erste Kiste was war rausgekommen? ne Spaß zweite Kiste also ne lilaner Spaß zweite Kiste ne goldene Scar dritte Kiste ne lilaner RPG und das waren net alles normale Kiste alles gut Das war schön, da kommt bei Schwarz, ok, warte, komm her, so, cool. Ok, irgendwo, hoch, 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 hoch! Zick, 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 tick, blink. Kriegt man nicht zu sehr Agentif- Na, nach rechts, ähh, ries, riecht, oder. Oh, gut, da unten wurde grad geschossen, aber ich seh grad gar keine... Oh, da unten läuft einer. Aber... Warte mal, blöd mal still. Da oben drauf. Was macht der? Da unten ist einer, ne? Gut, fliegt einfach, fliegt einfach. Ich lass hier noch mal gucken. Ne, hier ist noch. Okay, lass ich mal weiter fliegen. Ähm, eben noch ein paar Gegner machen. Äh, lass einfach so. Wollen wir richtig Camperound machen und uns im Haus vercampen? Da in dem großen Haus, was vielleicht nicht haben? Und wenn denn Gegner kommen, bleiben wir da. Und wenn ihr ins Haus kommen, schießen wir die Erf, weil wir so meinen. Ja. Okay, dann lande den Hubschrauber mal. Warte. Hier, irgendwo hier oben drauf, da, wo ich markiert, der ungefähr da. Hast der denn den Hubschrauber? Warte, ich steck schon mal aus, fliegt mal. Warum hast der denn hier oben drauf? Okay, dann nennen wir einfach nach oben. Mach die Tür wieder hinter dir zu. Lol. Okay, ich hab Idee, ich hab... Einfach alle Türen zu machen. Geh du unter das Treppenteil. Nein, 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 wir müssen nach ganz um. Da oben können die uns nicht holen. So schnell. Oh, nice, dass wir nochmal hin sind, Digga. Hier nochmal jetzt weg, Digga, nice. Okay, dann können wir jetzt hier hoch... Na, hier auf ne Tür einfach bei mir springen. Hier einfach auf ne Tür springen und dann hoch, wo ich bin. Hier am Gegner gebaut. Da die wir jetzt zu machen. Hier am Gegner gebaut. Ja, das war vorhin noch das Viech da, wo ich dagegen geschossen hab die ganze Zeit. Ich hab zwei Jumpets. Komm mal her, ich geb dir nur eins. Ich hab kaum... Nun, äh, kaum Netz. Alter, ich hab 800 Rolls und zwei anderen Sachen aber auch gar nix. Und zwar hab ich hier oben auch noch auf den Dach und hab. Oh, hier ist alles zugebaut. Ja, perfekt. 20 Leute. Da sind Schüsse. Hier. Da sind ja mal 150 Leute in einer Runde, ne? Da ist das Gegner. Wir können ihn snipen. Die sind los. Wo, 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 wo. Da. Könnte es sein, dass alle hier los... warte, potzen. Sind zwei, okay. Ach, da, ich seh ihn. Wenn ich ne, wenn ich ne Iris seh. Nein, Digga, der eine hätte fast von mir nen Hit, der dunkle Typ da. Dieser Bandi-Bull da aus Dings, ne? Nur im letzten Moment bewegt er sich denn doch nochmal. Komm, wenn die jetzt da hochgehen zum Medi. Ach, die sind da hinter das Gebäude, die... Warte, pass auf, wir müssen uns jetzt hier anders positionieren, hier in unserem Gebäude. Den Dings sind ja die Sniper-Schüsse ganz anders in Warzone, ne? Komm mal mit ins Gebäude, den kannst du nicht so leicht gesnipten, wie der draußen hier mit rein? Spielst du das? Was? Hey, ja. Was denn so? Digga, ich kann mein Mann dafür kriegen. Ich find Warzone ist halt einfach ein geiles Spiel. Ich kennst du das aber nicht? Hm, ich kann dafür Mann kriegen wir nicht. Egal. Hä, wie so denn das? Egal. 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 Hier sind Steps. Steps. Ja. Komm, schnell versteck dich. Schnell. Hä, wieso kannst du halt für ein Band bekommen? Egal. Egal. Also YouTube. Komm jetzt von mir her. Egal. Digga. Okay, versteck dich. Hä? Weil wir über ein Spiel ab 18 drehen oder was? Hä? Kennst du wo auch so? Ja. Ich hab's ja nur so auf YouTube-Videos. Ich zock's selber nicht, aber ich hab's auf YouTube-Videos gesehen. Ja, ich weiß aber, hä, warum kannst du das für ein Band bekommen, wenn du... Nein, wenn ich jetzt streamen würde... Da ist ein Film oben! Nein, die sind vor. Vor Tür. Ja, warte, lass sie durch. Hä? Dieser Scheißstuhl hier. Digga, was denn in der Revolution ist wieder? Hä? Und weil du jetzt im Stream darüber reden würdest, kannst du ein Band bekommen, oder was? Nein, wenn ich jetzt zerspielen würde... Ja, wie ist das? Warte, durch Fenster, durch Fenster hinter hier, durch Fenster hinter hier, durch Fenster. Lass mich doch kommen. Die sind nicht dumm, die sind nicht dumm. Nein, nicht, durch nicht, hier runter, 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 nach unten, ab, unten. Scheiße. Jumpet upon. Hier, 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 bei mir, bei mir, komm her, bei mir. Verstecken, hier, bei mir. Digga, komm her, komm her, komm her, jumpet upon. Wo, warum? Da, weil die Gegner gut sind. Okay, dann durchziehen, durchziehen, durchziehen. Wohin fliegen, wohin? Wohin? Folgt mir, folgt mir. Ich seh dich nicht mehr auf der Karte. Hä, wo bist du hingeflogen, Digga? Ich seh dich nicht. Warte, wir müssen das Jumpy noch... Digga, das hat grad echt viel gebracht, dass wir hier hingeflogen sind, ne? Ich hab's in der letzten Sekunde. Guck mal, die verpisst mich hier. Da, die fliegen doch. Die fliegen hinter uns hin, die wollen uns hier verarscht. Sieh die an, Digga, guck sie an, die wollen uns hier richtig trägern. Ach, die Leute noch. Ja, Digga, das schaffen wir. Komm, das, das, wir müssten alles geben. Ja, jetzt nochmal, weil wenn du, wenn du das jetzt spielen würdest, kannst du einen Bann bekommen, oder was? Wenn ich das jetzt Livestream würde. Die an, äh, Deadpools Pistol. Der eine Typ. Oh, warte. Oh, boah. Komm doch mal. Iris hat einen 57er Headshot. Iris, 57er Headshot. Iris. Da oben ist noch der Typ, der, der Benni wohl da ist noch. Iris macht Abflug hier. Iris, Abflug. Shade broke, Shade broke, beide. Der andere hat einen Hit. Knock. Aus der Luft. Okay, lass. Komm, hin. Ja, weißt, ob du, weil du noch nicht alt genug bist, oder was? Wenn ich das jetzt springen muss. Titan fliegen auch noch welche, da hinten fliegen auch noch welche, da ganz hinten. Ich bleib hier oben. Wo sind die? Neue. Hä, die Deadpools. Hä, die hat doch nur Deadpools Pistol, nicht Skyscar. Ey, Mann. Junge, jedes Skys, deswegen hasse ich diese scheiß verfickte Spiel, Alter. Nur deswegen. Ja, da häng ich mich schon wieder nur so kacke, ne? Da, Digga, die Iris kann wieder mit seiner, mit ihrer Skyscar, das ist nicht mal Sky Sturm gewährwärtig. Mit 500 Euro, Digga. Ich, ich, alleine schaffe ich hier sowieso nichts mehr, darum pushe ich jetzt hier einfach irgendwelche Spastis. Okay, nice, die haben grad Ablenkung. Dein Kill hast du, ne? Ja. Hab ich. nicht. Ich, die ist die Spänzendien. Das macht halt kein Fall. Aber Leute. Ja Leute, das was mit dem Stream halt rein ist. dann